Herzlich Willkommen zu einer weiteren Nachuntersuchung nach 10 Tagen hier bei MAC Aesthetics. Heute dreht sich alles um das Stirndesign, das auf Wunsch unserer Patientin mit Botox durchgeführt worden ist. Sie hatte nämlich wirklich sehr tiefe und starke Falten auf der Stirn und jetzt sehen wir auch nach 10 Tagen das Ergebnis und der Facharzt für Plastisch-Ästhetische Chirurgie nimmt jetzt auch noch Feinkorrekturen vor, um dem Ganzen nochmal den letzten Schliff natürlich zu geben, denn wir möchten unsere Patienten natürlich glücklich sehen und dafür ist die Nachuntersuchung ja auch da, um Feinkorrekturen vorzunehmen und auch zu schauen, ob unsere Patientin glücklich ist. Ich denke, hier sieht man schon ein schönes Ergebnis und das Präparat wird jetzt noch ein bisschen verstrichen und in die richtige Schicht gezogen und ich denke, dann können wir aber auch glücklich und zufrieden sein und verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal.